Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Mega-Ombre, Like a Virgin, Teil Nummer 3. Heute will ich eine Runde Hardpoint spielen und so wie es ausschaut, haben wir hier die Map Defender erwischt. Ich glaube, das ist dieser fette Laser da oben, den man ja auch schon so in diesem ersten Trailer von Call of Duty Advanced Warfare mal gesehen hat. Das ist ja glaube ich irgendwas, was man so, weiß nicht, in der Map durch irgendwas aktivieren kann oder ich weiß nicht genau, vielleicht war das auch nur vom Singleplayer. Vielleicht rede ich auch den totalen Bullshit, so wie oftmals. Aber ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein hier. Immer noch meine schöne KF-5, mittlerweile mit dem Silencer drauf. Und hab heute mal die Spaßgranate dabei, so das Überraschungsei, wo, wenn ich das richtig verstanden habe, jedes Mal irgendwie was anderes drin sein kann. Gucken wir uns doch mal, ob uns das hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise hilft. Achso, da ist der Hardpoint in der Mitte. So, machen wir da einfach mal ein bisschen was rein. Ach he je, oh Gott, oh Gott. Da stehen da drei Leute und man trifft natürlich gar nichts. So, den haben wir erwischt, aber... Das hilft ja alles irgendwie nicht, solange man nicht in den Hardpoint reinkommt. Da kannst du ja... Da kannst du ja die Leute noch so umbringen, dann bringt das ja alles nix. Ja, wir sind in der Kontrolle. So, ach so. Ach, da muss ich mich echt dran gewöhnen. Ich bin so ein krasser Team Deathmatch-Süchtling irgendwie, dass ich halt so die ganzen Objective-Game-Modes halt irgendwie so gar nicht drauf hab. So, hauen wir mal hier unsere Spaß-Granaten raus. Nee, nee. Ah, von der Seite. Zu spät gesehen auf dem Radar. So, schnell wieder hin. Wo geht's raus? So, hier für euch, Jungs und Mädels. Oh, wow. Da waren noch ein Haufen Leute unterwegs. So, der nächste Hardpoint ist dann gleich hier. Kommen wir da hin, gibt's hier auch einen Eingang. Ach du Scheiße, ja, okay. Vielleicht ein bisschen besser aufpassen, was da im Überraschungsei drin ist. So, schön hier alles. Nur aufpassen, dass hier keiner von hinten kommt. Ah, shit. Einmal kurz hier hingeschaut. Hab ich den da auch ganz alleine gehalten, den Hardpoint oder was? Ah, shit da unten. So. Gut, 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 gut. Schnell, den nimm mal ein. Den haben wir sicher. So, da konnten wir gerade noch mal entkommen. So. Und. Hallo. Ach so, nur der Assist. Zu früh aufgehört zu ballern. Ja, typisch. Ach so, den können wir auch noch mal anmachen. Ja, wollt ihr den Hardpoint wohl nicht, oder? Oh. Da laufen sie außen rum. Das dauert schön lange. So. Gucken wir doch mal, ob wir da noch mal hinkommen. Enemier, UAV, online. Ach so, ja toll. Jetzt ist er natürlich gerade wieder weg. Hostiles haben capturiert den Hardpoint. Ja, ja, ich gebe ja mein Bestes, aber wer weiß, von wo die Gegner kommen. So. Einfach schön abwarten hier. Und dann wird es auf jeden Fall ein Hit. Tsunami-Warning. Ah, es ist die Map mit dem Tsunami, okay. Okay, von wo genau kommt der dann? Hardpoint contested. Was? Wieso denn das? Nix contested hier. Das ist mein Hardpoint. This is my house. Okay, so. Das lief ja nicht schlecht. So, den nächsten Hardpoint, den schnappen wir uns natürlich auch gleich wieder. Eher in Sache. So. So, machen wir hier mal so ein bisschen Spaß. Und hier noch einen raus. Genau. Na, ein Traum. Die Gegner geben sich ja nicht die größte Mühe, die Hardpoints einzunehmen. Das ist natürlich so... ...ne ganz dankenswerte Runde. Hardpoint contested. So, machen wir da ein bisschen was hin. Ach. Ah, ja. Ah, so, euch nehme ich noch alle mit. Ja, ja. Da spawnen sie alle irgendwie in derselben Ecke. So, schnell das hier wieder an. So, jetzt ist der Hardpoint wieder da drüben. Und da sind wir auch gleich schon wieder. Sehr praktisch. Sehr praktisch. So, hier. Einen für dich. Und einen für dich. Damit auch jeder was davon hat. Oh, oh, oh. Die krasse. Oh, Nitsch. Ja, da drüben war einer. Einer ist über uns. Na, von wo, von wo, von wo? Ah, shit. So. Bis wie viel Punkte geht's denn? 250 auch? War das früher so? So, hier. Der Fernschütze. Achso, da liegt der. Ah, gar nicht gesehen. Gut, gut. Haben wir ihn schon wieder? Ah, der ist jetzt auf der anderen Seite wieder. Ich glaube, die Rotation ist aber auch immer dieselbe. Oder ist wahrscheinlich so wie bei Black Ops 2 auch. Achso, machen wir das mal wieder an hier. Nicht so viel trampeln. So. Dann schnappen wir uns den Scheiß. Schön die Granaten wieder raushauen. Den nehmen wir mit. Der darf kostenlos mitfahren. Im Mega Ombre Express. Da muss man einsteigen, wenn man die Gelegenheit hat. So. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass keiner hinter mir kommt. Noch ist alles okay. So wie es auf der Map ausschaut. Jetzt kommt da einer von hinter mir. So, den haben wir noch erwischt. Da ist noch einer. Nee. Ja, der weiß noch nicht so genau, ob er kommen soll oder nicht. Aber irgendwann kommen sie alle. So, den nehmen wir auch noch mit. Und der liegt doch da immer noch, oder? Ah nee, der ist schon tot. So, nochmal schnell hinlegen, damit sich die Gegner auch extra schön auf... Achso, der im Hardpoint ist ja schon wieder weg. Ach, krasser Spaß. Sprung, du, 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 du. Sprung, du, 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 du. So. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Teamplayer, Number One. So, holen wir den Scheiß da rein. Ach du Scheiße, ja. Das habe ich ja ganz, ganz groß gemacht. So, holen wir hier noch was raus. Machen wir uns wieder leise. Oh, shit, da hätte ich vielleicht schon mal anvisieren sollen. Naja, das hilft euch jetzt auch nichts mehr, Jungs und Mädels, mit euren 50 Punkten hier. Ist ja lächerlich. Ridikulose ist das ja. Yes, sir. Ja, das ist doch ganz gut gelaufen. 250 zu 52. Eine properer Onage ausgeteilt. Und wer hat die Killcam erwischt? Der Umesh V2. Hat sich hier schön den letzten Kill geholt. Und trotzdem muss natürlich noch wieder auf die KD geschaut werden. Und? Oh, 18, 15. Naja, einigermaßen Punkte gesammelt. Hab mein Bestes gegeben, die Hardpoints einzunehmen. Und dann sehen wir uns beim vierten Teil wieder, Jungs und Mädels. Bis dahin, euer Ombre. Bis dahin, euer Ombre.